Hallo, wir sind jetzt hier im Außenbereich bei Halle 9.Lights F. Hier ist der Wunkier, der wollte im Vlog sein. Die Security hat heute über den Stress, ne, wobei wurde das schon im Vlog gesagt. Keiner Ahnung, jedenfalls hat die Security heute über den Stress gemacht. Wir hatten da eine Spezi-Dose stehen und wir wurden angemeldet. Und das da hinter mir, das ist Finastic. Ja, das ist Fintendo, da ist Lisa. Hier ist dein Name, Naorio. Und ja, wir sind jetzt hier vor kurzem auf die Gamescom-Mass gekommen. Wir haben direkt jetzt hier hingesetzt. Jetzt hier einfach, hier ist Mario King, by the way. Und ja, auf jeden Fall mega cool, dass jetzt hier so viele Menschen auf einmal direkt am Start sind. Ja. So many friends. Wir sind jetzt hier bei Nintendo und sehen, was hier so passieren wird. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir übernehmen den Kanal von Mario. Wir sind eh besser. Und haben mehr Abos. Viel, viel, viel besser. Wir haben mehr Abos. Viel besser. Abonniert die beiden. Ja, stimmt. Auf YouTube Abos ist das non plus ultra. Nee, nicht auf Insta. Weißt du, auf Insta. Die Relevanz erkennt man ja an den Abos. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber dann ist die Relevanz halt nicht. Das wird rausgeschnitten. Ja, jetzt muss ich aber mal abchecken. Pass auf. Ja, wie viel hat denn der Jakob? Also ich habe 349. Wie viel hat der Jakob? So, jetzt. Auf Insta oder was? Let's Google. So kaum. Ja. Hast du kein Insta? Wie heißt du das? Ja, Jakob unterstrich den. Oh. Warum so einfach? Junge, jetzt muss ich mich beim Hotspot wieder anmelden. Was ist das denn? Wir machen seine Speicherkarte vor. Das ist nicht schlimm, das hat der verdient. Werbung auf den heute hinterher. Ach so, übrigens. Zeit ist Werbevideo VW. Du musst jetzt Werbung in die Ecke schreiben. Ja, Werbevideo. Hier unten. Da unten. Am besten. Oder da oben. Auf kompletten Bildschirm. Auf kompletten Bildschirm, genau. Ich glaube, das dauert bei dir echt zu lange, ne? Ich mach mal meine Dinge. Ich weiß nicht. Irgendwie... Du hast ja nur Hotspots hier. Ja, ich kann auch viel ganz normal. Was Jakob unterstrich... Jakob unterstrich DTV. DTV? Junge, was hast du geraucht? Ach, guck mal, da ist er noch. Ah, ja. 107. Ja, das ist jetzt aber leer. Ja, ohne Post. Ja, ohne Post. Ich hab 176. Kannst du überbieten? Ich weiß. Tja, also ich hab 349. Das kann sie, glaube ich, auch noch überbieten. Scheiße. Also sie ist relevanter. Ja. Das haben wir jetzt festgestellt. Aber er ist noch relevanter. Ach ja, ich bin auch relevanter. Wie viele Follower hast du auf Instagram? Auf Instagram? Ich war 100. Voller. Irrelevant. Er ist relevant. Er ist relevant. Ja, ich bin sehr relevant. Wie viele hast du Follower auf Instagram? Instagram hab ich 244 oder so. Relevante einzig. YouTube hab ich 305, glaube ich. Abonniert mich, Freunde. Abonniert mich? Hast du den Nintendo Newsletter? Was? Hast du den Nintendo Newsletter? Ja, den Nintendo Newsletter hab ich bekommen, Freunde. Und wenn ihr den nicht bekommen habt, dann seid ihr ab sofort irrewert. Genau. Genau so sieht's aus. Was von den Nintendo Newsletter bekommen? Irrelevant. Wenn ihr ein Mädchen trefft und ihr findet das hübsch oder so, oder einen Typen, was weiß ich. Dann müsst ihr ihn erst fragen, hat er den Nintendo Newsletter bekommen? Ja. Ansonsten könnt ihr das sofort vergessen. Wenn ihr ein Mädchen bekommt, müsst ihr ihn fragen. Ja. Ich mein's doch. Ich mein's doch. Ich mein's doch. Ich mein's doch. Ich weiß ja nicht, wer ihr zuschaut. Okay. Ja. Wir müssen ganz kurz aufhören. Der Flick. Ich glaub ich hab... Ich glaub ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Aber ich werd nicht selber dran teilnehmen, sondern einfach nur kommentieren. Selber dran teilnehmen? Nee, dann bin ich auch nicht so... Aber du brauchst... Ganz ehrlich, ich habe noch... Du hörst. Für screen time. Heute hab ich... Kein Spiel angetestet. Gestern... Hab ich kein Spiel angetestet. Es ist so groß gesehen. Hab ich Fleisch eingetuckt. Alle Male Jungs... Kort Lund. Schweren geschlossen. Schweren geschlossen. Hinten zu nicht. Schief aber. Ab dem Auto und sind schon da. Gleich betreffend... Freunde kommen... Aufげ Фιers. Bis zum Abend. Bist du müde? Boah, was ist Spezi von Hübyan gemacht, Alter. Wir gucken, ob der jetzt reagiert. Das ist der Hübyan, Alter. Der Hübyan ist gespannt bisher. Ich weiß nicht, ob der zwei Leute verschiehen. Guck mal zu Hause. Bist du hier? Man ist trotzdem das. Ich weiß nicht, wie läuft. Aber jetzt ist der Hübyan. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020